das war es also so 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 ist es mit kleinem ist gewohnt das war ein alle mit dieser und mit dem wunderschönen worden hallo und es kommt zurück zurück zu letztlich meckert server games mit dem das sind allo so so können die direkt los schnappen uns alles verliebt wenn wir uns von Rennemirn und Jürsen das Mann am Morgen auch Leute ich hab' nichts gekriegt, ich hab' nichts gekriegt wir pissen mich ja schon ich höre auf dich ich steh'n dir unterwürfig folterwicht, knechtewicht bin ich dabei ja geil so muss das sein, zwei Schüsseln zwei Rotten Flash und zwei Rotpilze was haben wir hier an? richtiger Bullshit so, komm weiter aaaaaaah Spieler, Spieler, Spieler der hat nur ne Faust, der hat nur ne Faust der Fotzenkopf hat nur ne Faust aaaah, du hast nur ne Faust, du Pädes das kommt so rum, ich kenne noch rum ja, der hat nur ne Faust, der Fotzen der Fotzen der Fotzen Konrad Schauer zusammen auf den 1, wenn er hochkommt mal n'n Problem ist's, äh gut, der hat ne Eisenbahn oh, oh, da hinten ist ne Truhe schnell vor ihm da sein, schnell vor ihm da sein, schnell vor ihm da sein nicht den Pushen jetzt warum ist ne Truhe? Scheiße, ich hab' die Angeln nicht gekriegt egal, ich, ich... der kann mich mal... der steht jetzt... ach, Mama, ich hol' mich zurück ich hab' keine Gott ich verpissen ah tru, 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 tru tru ich hab' zwei, sauber, Alter, wir müssen Schäß, ich hab' kann ein Eisenschwert machen, kann ein Eisenschwert machen ich kann ein Eisenschwert machen ah, fuck nein hat der alter, ich hatte es dafür ein Eisenschwert und dann hat der einen Wichsen steinschwert, ey hol' der dann erstmal sein Schwert draus, leck' mich am Arsch aber keine Lust auf verfolgt er mich ich verfolgt er mich echt nicht? der ist noch da geblieben verfolgt ihn nicht wir können ihn finden mal, ich hatte zwei Sticks und zwei Ironing Götz ja das hat die ganze Zeit so locker easy machen ja ich wusste, hab' nicht gesehen, dass der irgendwie... wo hab' ich keinen Steinschwert gesehen das ist auch nicht, dass der dann irgendwie ein Steinschwert kriegt drei Diamanten, die ich mal hatte, ja ja, gut, klar Achtung, da kommt Anna wo? was du jetzt hinter dir hinter dir mit einem Goldschwert ah, okay, okay ich bin tot du rennst doch nicht ja, egal es ist auch besser so, weil dann in meinem Fall bis zur nächsten Runde sag' ich mal, ne? naja, tschö so, und da sind wir in der zweiten Runde mit Distrikt 2 mit dem Fotzenkopf natürlich wieder und dem Huren so'n Patrick naja ich kann diesmal zur Kiste wäre, ne? ja, ja fuck, da ist der drei Äpfel, drei Äpfel, ich hab' drei Äpfel verpissen, 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 verpissen ich hab' nur ne Angel wo bist du? wo sind wir Pfeile? ich weiß nicht, wo du bist ich renne aber, ich bin da oben, ich bin da oben gerangen da ist er ja, jetzt ist mein Weg, wo ich noch was sooo so, ich hab' schon mal ein Level ich bin so gut wie tot ich nicht ich hab' sie grad eins entspannt was? scheiße, Alter das war'n Fehler, das was aus... Alter, verfolg' mich einer, Alter verpiss dich wenn du zurückkommst, rücker 5 also wenn du zurückkommst wenn du zurückkommst naja, ich glaub' ich bin ich nicht tot noch lebe ich äh 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 scheiße, die ist leer ich bin grad an der Oberfläche ah, ich will mich anziehen weil er keine Hörfahrt hm warum wir uns eigentlich nicht in den 5-trick boah, jetzt krieg' ich wieder nur Scheiße, Alter ich bräuchte Iron Ingots mein Gott hunder Stein das Dix hab' ich schon weil wir können unseren Bonus grad nicht auslegen vom Distrikt ich weiß unser Bonus ist mehr für die Zuschauer wenn wir der Maid näher als 5 Blöcke ist dann teilen wir ein halbes danke, er pusht mich halt mehr Tampan halbes damit schnell Spieler 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 ja ich bin doch tot verpissen ja hier muss ich, hier muss ich, hier muss ich, hier muss ich mich wird draufgekloppt und mich wird draufgekloppt und ich verpiste mich wo bist du denn da Alter, 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 mit dem Steinschwert nein, die hat nicht durchschaut hat man in dem Kreisumrennstaktik für du du schaust guck' dir so gerade haha, aber ja, gut, lauf naaaah kann man jemand. ein Kelchen legen er lauft schneller ich kann nicht schneller okay, ist meine Tour stehen geblieben aber lauf trotzdem lauf er sieht dich nicht, er sieht dich nicht, er sieht dich nicht, er sieht dich nicht, er lauft dann vorbei er kommt, er geht hoch, er geht hoch okay, alles klar, er ist gelauf, stell, 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 stell geht hoch, genau, genau, genau ich hab nicht gedacht, das vollbringt nichts jetzt lauf, 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 immer hoch, immer hoch, immer hoch das ist auch das ist das drückt nein ich habe es nicht auf der fremde so dass es wurde nicht erkennt steht kurz gucken und laufen doch noch nicht weiter ich brenne hat die Tonie geöffnet Gott hat eine Drehsrunde ja bis zum nächsten Mal Hallo und jetzt willkommen zur vierten Runde. Diesmal ist komischerweise Killsteal 8 mit mir in der Runde. Ja, ich hab irgendwie eingenommen eigentlich die Einladung. Ja, dass ich mit ihm in einem Team bin. Komischerweise hab ich so ganz ausgenommen. Mal gucken. Wenn unsere Team-Mails tot sind, dann machen wir einfach Team. Hey, ich hab ein Boot und zwei Erfahrungsflaschen. Sehr schön. Wo lauf ich hin? Aua. Nicht mich hauen. Mich hauen tut weh. Aua. Nicht hauen aus. Aua. Ich kloppe mit zwei Mann auf mich drauf. Alter, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal zu. Da, 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 da. Da ist er. Uh, Helm und Brustplatte und ne Axt. Läuft bei dir. Er hat ne Rüstung. Wieso ist er denn so schnell? Vielleicht ist er denn das direkt... Ne, ne, der ist nicht. Der ist... Du dachtest schon. Okay, er weiß auch nicht, dass ich ihn verfolge. Glaube ich. Ne, nicht. Das bin ich von abgewogen. Ja, ich verfolge ihn. Jetzt weiß er. Jetzt weiß er. Jetzt hast du die Chance, jetzt hast du die Chance, mal ein Blatt, mal ein Blatt, mal ein Blatt, mal ein Blatt. Der wird dir jetzt alter. Sehr schön. So, aber der hat ne bessere Hose und alles. Ne, sonst nix. Sonst hat er da nix besser. Nur die Hose. Achtung, da sind zwei Leute. Du bist gerade von einem Holzschwert und einem Steinschwert verfolgt. Ja, dann hab ich schon verloren. Egal. Also rennen, oder die pöpel dich weg. Pöpel mich weg. Wir sind die Distrikt 1. Alter, lauft doch, warum wir breite überall hängen. Boah, trägt der meisten auf. Drückt die ganze Zeit Steuerung, wenn du rennst. Trotzdem ist eine Heck, weil wenn eine Hänge bleibt, dann sprintet der Dreck weiter. Nein, ich hab ein Herz. Alles klar, wir können uns auf meinen Tod vorbereiten. Das heißt, nächste Runde wird auf jeden Fall nicht besser. Nein, du hast nicht. Die letzte Runde für diese Folge. Folgen nämlich immer noch. Ach, ja, klar. Ja, echt? Ja. Der eine ist, der Steinschwert ist nur ein bisschen weiter hinten, weil er noch die Tore ist. Natürlich bin ich da. Aber der andere hängt immer noch ein Halt an dir. Dran. Könnte ich aufgeben. Könntest du machen, aber es ist auch schon nicht. Sag mal, wann der, äh, wann die Essen oder so, dass ich auch kurz verletzen kann. Hast du auf jeden Fall abstand gewonnen, ist gerade. Ja. Und hat geklappt. Der ist halt jetzt wieder näher dran, aber... Ich laufe einfach... Achtung, von rechts, von rechts, von rechts, von rechts, von rechts, von rechts. Von links von mir aus. Du, und so. Einfach rechts. Das ist links von mir aus. Ich stehe direkt hinter dir, das war rechts. Ja, von links kam aber auch einer. Ja, ab rechts kam der Teammate, der sich geduckt hat und alles. Ich weiß, ich bin ein Scheiß-Ghoster jetzt gerade, aber juck mich nicht. Na, warte. Du musst oder nur ausnutzen, na, lo? Ja, mal ganz ehrlich. Herr Ghosting ist eigentlich das richtigste, was man tun kann. Nein, Gott, ja und? Wir sind Teammates. Teammates sind wenig. Doch, sind ja, sind sie für mich egal. Aber ich glaube, ich hätte das gleiche gemacht, von nahe. Und ich konnte einfach sauber was ab, kein Du hast ab, kann. You are free. Und hier draußen an der Säule ist auch noch eine Trigur. Meteor-Schauer, bin ich ja. Wo? Da vorne, wo gerade der Meteor reingeschlagen ist, da war auch noch einer. Ah, da. Ist nur einer. Deine Axt, okay. Ah, schnell, geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein. Stell dich hier hinten in die Ecke hin. Vor allem Torwart, du bist so besser geschützt. Da bitte noch einer. So, jetzt nicht. Nein, stell dich noch weiter hinten, stell dich da vorne in die Ecke rein. Wo sind hier ein Hinderrand, da die mich ja, dass ich die abgehängt habe? Keine Ahnung. Können die ganze Zeit hinter der Kummer dahinten. Okay, du bist bald. Da hinten hast du die Ecke in die Truhe, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das nice. Äh, was nehm ich, was nehm ich, ähm... Du bist wirklich nicht mit dem Mann, aber er verpässt dich gerade. Ja. Bleib geduckt, bleib geduckt. Du dich. So, aber er hat ein Steinschwerdli fallen lassen. Okay. Ich hab zwei Eisen und einen Stick, ich könnte mir ein Steinschwerdli... Warte, 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 er geht dich, er verpissen. Dann hat sich gesehen, er hat sich gesehen. Du warst so auffällig da. Man überlegt, aber er kommt, er kommt. Und er verzaubert das Eisenschwert. Kommt er? Ja. Er kommt. Als du es in Wied gewinnen konntest, ist es, wenn du vom Hinterhalt... Nee. Jetzt komm so schnell, wo du bist. Da. Geh, weg, weg. Was? Du weißt ja gar nicht, wo ich bin, oder? Nein, ich seh ihn hier nicht. Ich seh ihn hier, Jungs, wo. Dann gehen wir wieder zurück zum Meter. Okay, ich versuch mal wieder, mein Eisenschwerdli zu craften. Ja, deswegen sag ich hier, jetzt komm zum Meter. Soll ich damit hier? Achtung, da hinten ist er, da hinten ist er. Okay, ich seh. Aber... Da ist noch einer. Ich versuch mal, ich renn einfach mal durch. Komm schon, komm schon. Noch, 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 noch. Achtung, ahm, Verzauberungsding ist ein Typ. Er schießt, der schießt. Äh, ich laufe. Ich laufe mal hier entlang. Der schießt weiter, er schießt weiter. Er geht zurück, er geht zurück. Ja. Ja, aber renn noch, renn noch. Da ist ein anderer Typ, wir haben ihn noch bekommen. Die kloppen sich jetzt. Jetzt kannst du schnell hin, jetzt kannst du schnell hin, wenn du noch in der Nähe bist. Bin ich. Weil die prügeln sich jetzt gerade. Muss aber schnell sein. Oder? Er kann in jedem Moment zu Ende sein. Okay, der Kampf ist zu Ende, der Kampf ist zu Ende. Pass auf. Bleib geduckt, bleib geduckt. Ich muss. Komm, mal schnell, mal schnell, mal schnell. Ich hab's. Hast du ein Level? Nein. Dann verpiss dich, dann verpiss dich. Oh mein Gott, ist das eng, ey. Aber hier ist das ein Eisenschwert, ne? Ja. Sehr gut. Ist hinter mir einer? Nein. Gut. Ich brauche was zu essen. Das heißt, ich hätt mir Brot craften sollen. Aber Leute, zwei Erfahrungsverschen. Jetzt hab ich ein Level. Dann, warte, 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 bleib geduckt. Ja, bleib geduckt da. Ich ghoste jetzt. Ist mir scheißegal, was die Meinungen sind. Ich ghoste. Ist frei. Los, 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 los. Sehe keinen. Doch, da ist einer. Da war einer geduckt. Der verbrennt gerade die Sachen. Komm, gesneakt an. Geh in den Shift-Modus, geh rein. Ich hätt ihn ganz Zeit im Auge. Boah, aber zuerst, ich hab kein volles Leben mehr. Alter, der hat einen Full Iron. Und, Alvin, das Wort. Fuck, Alter. Der verzaubert jetzt gerade. Ja, ja, da muss ich woanders. Da wäre so auch nur eine coolen Mitte. Ich kann sagen, ich bleib mal hier in der Mitte. Und guck, was der macht. Vielleicht verpisst er sich ja jetzt in der nächsten Zeit. Ah, schon wieder weg. Geh weg von dem... Noch nicht ganz. Er guckt immer. Fühlt sich an, dass ich beobachte. Und ich beobachte dich auch. Alter, verpiss dich doch jetzt aus der Mitte, Alter. Ich kann mich so wie dich hasst dich. Das wäre nicht schlimm, dass ich goes da sauber. Da kommt jetzt ein anderer Typ, der macht den jetzt weg. Gibt jetzt gerade ein Battle. Na, guck mal, was ich hier rausgehe. Invisible. Ah, du hast die Klasse mit Invisible. Megageil. Was ist das denn? Dass, wenn du Schiff drückst, wenn du eine Rüstung auslust, dich keiner sieht. Nicht wahr. Scheiße, ich muss noch schnell mehr Brot machen, was essen. Mein Leben auch für den Klosch. Da ist noch einer, der sortiert jetzt aber. Wenn du ganz, ganz schnell bist. Achtung, 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 er kommt zu dir. Er kommt in Richtung, er ist da links beim Feuer von dir. Er sortiert aus, er sortiert aus. Ihr rennt schnell zum Enchanter. Glätter hoch, komm. Du hättest es sogar noch schaffen können, verzaubern. Na, egal. Am Füll, bist du voll Leben? Nein. Dann rack dich. In 20 Sex geht's los. Fuck, Alter. Ich hab ein Brot gegessen. Ich hab, wie soll ich denn, ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr zu essen. Pass auf, spinnen wir sogar, ne? Ich habe gar nichts. Hinter dir spinne, hinter dir zwei spinnen, drei spinnen. Sehr schön, schon gerettet. Oh, schau da. Versuch zum Enchanter zu kommen. Fuck, Alter. Wo bist du? Ich bin hier. Ich bin der, der springt. Okay, ein Distrikt lebt noch, also ein komplettes. Oh, das hab ich nicht. Hab ich so. So, gegen zu. Rennt zum Enchanter. Hol der das Level, hol der das Schwert raus. Und zwar in einer Sekunde muss er gemacht haben. Los, 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 los. Los, die Reinrichtung zu dir. Die rennt zu dir. Achtung, Achtung, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Beweg dich, bewege dich. Alter, ich kann nichts machen. Hau, 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 hau. Hau, 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 hau. Schöne letzte Rolle, ja. Einmal einen anderen GG. So, dann würde ich sagen. Das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.